Musik Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an. Geh hin und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch mal jemand ruft, dann antworte. Sprich, Herr, ich höre. Musik Herzlich willkommen zurück bei Emma, Rosalie, Otto, Paule und Nola. Ja, das bin ich. Ich habe hier die nächste Geschichte und lege sofort los. Ne, stopp. Ich muss euch ja noch von der Eissorte erzählen, die ich gestern zum ersten Mal probiert habe. Oh, Mr. Nico, das habe ich vorher noch nie gegessen. Das war auch ganz schön lecker, sage ich euch. Aber dann habe ich trotzdem noch eine Kugel Erdbeis gegessen. Mit Sahne. Ja gut, okay, legen wir los. Gottes Stimme. Etwas erschöpft sitzt Kiki an ihrem Schreibtisch. Obwohl sie mit allem, was sie zu tun hat, fertig ist, hat sie das Gefühl, etwas vergessen zu haben. Sie schaut noch mal in ihrem Hausaufgabenheft nach. Ach, alles erledigt und ihre Schulsachen hat sie auch schon eingepackt. Hm, Kiki geht in Timos Zimmer. Er liegt auf dem Boden und liest einen Comic. Ich habe schon alle Aufgaben gemacht, sagt er zu Kiki. Doch als Kiki gerade die Tür hinter sich schließen will, nimmt er schnell sein Deutschheft aus seiner Tasche. Äh, Aufsatz vergessen, grinst er ein bisschen verlegen. Kiki geht nach unten. Sie will Sanna anrufen. Vielleicht weiß sie ja, was sie noch an Hausaufgaben haben. Wen rufst du so spät noch an, wundert sich Papa. Sanna, ich habe das Gefühl, dass ich was vergessen habe. Ich weiß aber nicht was, erklärt Kiki. Sanna ist sofort am Telefon. Sie hört sich irgendwie komisch an, findet Kiki. An Hausaufgaben weiß sie aber auch nicht mehr als das, was Kiki schon erledigt hat. Hm, ist alles in Ordnung bei dir, fragt Kiki vorsichtig. Sie hört, dass Sanna anfängt zu weinen. Dann erzählt sie, dass sie das Wochenende bei ihrem Papa verbracht hat und wie schön es war. Doch irgendwann hat ihr Papa ihr dann erzählt, dass er jetzt eine Freundin hat. Er hat gesagt, dass ich sie erst kennenlernen muss, wenn ich das will und dass er an unseren Wochenenden genauso viel Zeit für mich hat wie immer. Aber trotzdem ist das einfach Mist, weint Sanna. Kiki weiß, dass Sanna immer noch gehofft hatte, dass ihre Eltern irgendwann wieder zusammenkommen. Das hat sich jetzt wohl erledigt. Die Mädchen reden noch eine Weile miteinander. Kiki versucht, Sanna zu trösten. Du bist die Beste. Ich fühle mich auch schon viel besser, meint Sanna am Ende. Kiki bekommt ein warmes Gefühl im Bauch. Dann verabschieden sie sich. Alles geklärt? Fragt Papa ein bisschen besorgt. Kiki erzählt ihm von dem Gespräch. Papa kann Sanna gut verstehen. Und was hattest du vergessen? Fragt er neugierig. Nichts, staunt Kiki. Das Gefühl ist weg. Als sie im Bett liegt, dankt sie Gott, dass sie Sanna angerufen hat. Man könnte meinen, dass Gott nur früher mit den Menschen gesprochen hat. Das stimmt aber nicht. Er kennt viele Möglichkeiten, uns etwas deutlich zu machen. Und wenn wir darauf hören, dann erkennen wir ihn. Und genau so war das bei Kiki. Und heute verrate ich euch mal wieder, worum es morgen in unserer Geschichte geht. Also, es geht um Timo und um Flocke und um ne richtige Schweinerei. Mehr verrate ich jetzt aber noch nicht. Bis denn, ne Antenne. Bis denn, ne Antenne.